Willkommen bei Brawlhalla! So, und da sind wir im Match, juhu, wir haben einen Koji, das heißt wir müssen wieder sehr sehr schnell sein, genau, weil er ist es nämlich auch. Ich bin mal gespannt, das wird auf jeden Fall schwierig, mit Sicherheit, er hat ja einmal Ben, da haben wir ihm einmal eine Bombe geschenkt, wird er genommen, das ist ja schon mal nett. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht, ja, gucken wir mal, das ist jetzt ein bisschen, bäms, genau. Er hat den Pfeil und Bogen ausgepackt, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht, äh, weggeschossen werden, so. So, haben wir ihn einmal auf den Kopf gepiekt, bäms, so. So, gehen wir, komm mal wieder hoch, oh, 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 jetzt gehen wir, oh nein, jetzt gehen wir beide runter. Äh, naja, hat er sich selber auch mit geopfert, schade, da ist er nicht reingesprungen, äh, jetzt müssen wir nur aufpassen, erst mal, ich hätte gerne eine Waffe, so. Bäms, der ist so verdammt schnell, da müssen wir aufpassen, aber schnell sind wir ja eigentlich auch, ne, wir müssen echt zack, zack, zack machen, er macht das nämlich auch, auf jeden Fall. Mann, 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 äh, der ist auch wirklich schnell, so, bämm, wieder nicht getroffen, dafür, oh, er uns, ja, komm hoch. Wo willst du hin, Alter, nur, oh, Mann, ich möchte echt mal treffen, das war, wow, da hatten wir Glück. Bäms, der war jetzt mal cool, sehr, sehr schön, freue ich mich auf jeden Fall, wir haben ihn einmal getroffen, ähm, wir sind im Moment zwar ziemlich angenockt, sind aber noch in Führung, das heißt, wir dürfen uns jetzt nicht, äh, schwächeln. Ah, Mann, der war doof, so, äh, ich wollte gerade sagen, aufpassen, dass man da noch drunter herkommt, nein, doof, naja, jetzt nimm die Waffe, bäms. Schütte. So, wir brauchen andere Waffe, wir sind zu langsam. Na, das hat ja mal gut geklappt, sehr, sehr schön. Ah, Mann, der war doof, jawohl, das war dafür nicht schlecht, immerhin, oh, jetzt treff ihn, ah, Mann, das war doof, wir waren schon hinter ihm, ich dachte, er dreht sich um. Ja, Leute, wir haben es geschafft, super, duper cool, freue ich mich sehr, war wieder ein, ja, cooler Kampf, fand ich auf jeden Fall, hat Spaß gemacht und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag, macht es gut, bis dann, tschüss. Tschüss.